Willkommen in der Weltins Arena zu einem entscheidenden Spiel am sechsten Spieltag der zweiten Liga, wo zwei Mannschaften, die dringend eine Wende benötigen, aufeinandertreffen. Schalke 4 strauchelnd, suchend und unter immensem Druck geht in dieses Spiel, nachdem sie drei ihrer letzten vier Partien verloren haben. Ein Klub mit Bundesliga-Ambitionen, doch ihr Saisonstart war alles andere als überzeugend. Heute fühlt sich wie ein Pflichtsieg an, um ihre Aufstiegsambitionen wieder in die Spur zu bringen. Auf der anderen Seite steht der SV Darmstadt, dem es nicht viel besser ergangen ist. Sie sind in fünf Spielen sieglos und haben nur zwei Punkte auf dem Konto. Sie wissen, dass Schalkes jüngste Form sie verwundbar macht und das bietet eine echte Chance, ihre Saison hier in Gelsenkirchen ins Rollen zu bringen. Beide Mannschaften treten unter dem Mikroskop an, wohl wissend, dass Punkte heute nicht nur für ihre Position in der Tabelle entscheidend sein könnten, sondern auch für die Moral und den Schwung ihrer Saison. Die Rahmenbedingungen sind klar, Schalke muss das Schiff stabilisieren, während Darmstadt weiterhin auf den ersten Sieg der Saison hofft. SV Darmstadt's Victory over Schalke sends a powerful message to the rest of the two Bundesliga. They are here to challenge for promotion, and they can take down the league's biggest names in the process. A win of this magnitude, away at Schalke's intimidating Welton Zerena, is more than just three points, it's a statement of intent. Darmstadt, often viewed as underdogs in matches against the bigger clubs, showcased remarkable tactical discipline, resilience, and clinical finishing to secure the win. This result will give them a massive boost, both in terms of morale and confidence, as they continue to push for a top-two finish. For Darmstadt, this victory is significant because it highlights their ability to rise to the occasion in high-pressure situations. Schalke were expected to dominate at home, but Darmstadt's well-organized defense and effective counter-attacks turned the game on its head. Their ability to stifle Schalke's attack, while making the most of their own chances, underscores the quality of the team and the effectiveness of their game plan. This win propels them up the table and establishes them as serious promotion contenders, capable of beating any opponent in the league. For the players, this triumph will feel like a breakthrough moment, a game that proves they can take on the league's heavyweights and come out on top. On the other hand, Schalke will see this defeat as a significant setback in their promotion campaign. A club with Bundesliga ambitions, Schalke will be deeply disappointed not only by the result but by the performance. They struggled to break down Darmstadt's defense and looked vulnerable at the back, something that will need addressing if they are to challenge for automatic promotion.